Der protestantische Kirchenchor Mutterstadt gliedert sich in einem Kinderchor, einem Projektchor und den Erwachsenenchor. Dieser konzentriert sich als Hauptchor auf die konzertante Chormusik. Die Proben werden ergänzt durch Intensivtreffen zur Stimmbildung und Konzertvorbereitung. Unter Leitung von Ludwig Magin hören Sie in der protestantischen Kirche Ubi Caritas und Wenn meine Sehnsucht überquillt. Die Proben werden ergänzt durch Intensivtreffen. 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 Musik In meiner Sehnsucht überblickt Nach einem, der den Punkt erstellt Nach einem, der mich ganz versteht Und alle Wege mit schwebt Wenn ich mich wie ein Boden fühle Wie ein Verdor nach ihm genügt Der sich nach einem sie erschreckt Das neue Hoffnung weht Dann will ich aufstehen zum Leben Aufstehen vom Tod Aufstehen zum Leben Aufstehen mit Gott Mit Gott, der immer bei mir heilt Und ihm und meine Angst vertreibt Mit ihm will ich aufstehen zum Leben Deutsch, halt um Gottes Wollte treibt Und jeder nur bei sich verweilt Für das, was er sein Eigen nennt Das Willen Gottes anbekennt Für das Sehnsucht zu zerherzt treibt Für das Allerang sein Freimelein Für das alles Auferstandenen An einem Tisch verkehrt Und soll mir aufstehen zum Leben Aufstehen vom Tod Aufstehen zum Leben Aufstehen in Gott Mit Gott, der uns durch seinen Geist Den Weg zur wahren Einheit weist Mit ihm sollen wir aufstehen zum Leben Ich bin другие Ich bin die 스펟 Der uns aus dem Leben Wir sind die